Dieser wunderschöne und äußerst gepflegte Ford Range Raptor könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Vier Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier finden bequem drei Passagiere Platz. Mächtige Alufelgen mit Offroad-Bereifung unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten voller Sitze mit Lederstoffkombination bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Raptor schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heissbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Navigationssystem und die Kommunikationssync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst gepflegten Ford Ranger Raptor und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, bekommt der Wagen ein Jahr Garantie. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgefahren, durchgeführt und Sie bekommen den Wagen mit einem frischen TÜV. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bei uns können Sie auf die Inspektion finden. Untertitelung des ZDF, 2020